Noch was für geile Items schon zu Beginn. Shit. Schon fertige Items zu Beginn. Das war's für mich. Ja, Twisted Fate. Na. Ja, das defensive Item. Auf Malfried. Wenn der verstirbt, dann taucht so eine Kreatur auf, die dann für ihn weiterkämpft. Chaco ist im Moment nicht gut. Na, kann man so machen. Leona. Schmeiße ich ihn nachher raus, wahrscheinlich. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Twisted Fate. Zoe. Na, spiele ich nicht. Malfried ist gut. Joshua, Ani, Zoe, Xayah. So, ich kann wenigstens raus, brauche ich nicht. Ich brauche eine Synergie, so langsam. Er ist auch ganz gut. Zoe. Hm. Könnte reichen. Könnte reichen. Wie kann man die... Wie kann man diese Monster so viel Leben geben? Weiß nicht, was du meinst. Also es gibt nur ein Item, also diesen Gürtel, der gibt ein bisschen mehr Leben. Oder halt, wenn du eine auf Stufe 2 bringst, würde er dann auch mehr Leben mit Coms. Ja, oder mit Coms, genau. Wenn du zwei Brawler hast, zum Beispiel. Aber die heißen im Deutschen Raufbold. Zwei Raufbolde. Die haben dann... Die beiden haben dann mehr Leben, zum Beispiel dann nur, ne? Das bringt alles nichts, ne? Was soll ich damit? Wie bringe ich die auf Stufe 2? Drei gleiche... Drei gleiche Helden? Dann sind die auf Stufe 2, automatisch. Drei von der gleichen Sorte. Da. Zwei Raufbolde. W potrzeb' ich dich nicht an das, was? Ich glaube, ich versuche diesen St completamente zu berichten. Wenn du eins zu überzeugen, dann ist das sehr gut. Da. 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 Toxik hat gegen mich gewonnen. Nice suit. Didi. Didi, 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 didi. Didi, didi, didi. Didi, didi. 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 Starga, äh, Vanguard Bonus. Oh, das stimmt, ja. Haha. Shen könnte noch, wäre vielleicht gebrauchen. Gegen Weenie. Der ist schon mal 5, der Weenie. Kaki. Haha. Ehm, hm hm. Ja, meine Mannschaft ist nur so halb zusammen Noch Nichts vernünftiges Für den Anfang okay Wieder muss es haben GD-Verdus 50 Follower brauchen die Boys Für FLA 6 Sind Schau Sind Raka 6 Leute Mono, ich weiß das doch Boy Ich brauche auch 50 Follower Ja, wir sind bei 30 Kann ich das hier Ja Ich habe einen Nice Ja Ein Start schon mal Oh, das ist gut Das ist gut Hier Quicksilver Alle mich following Ähm Das Das Lucien Damit kann ich erstmal arbeiten Damit kann ich erstmal arbeiten Oh, das Du hast du schon Kusheim Du hast eine Irelia Auf 2 schon Maschine Kusheim ey Nicht schlecht Wer hat Zoe Der hat Zoe Auf 3 What the fuck Wie Vita sagte immer Follow for follow Wer hat Zoe Auf 3 Vita, ich bin stark geworden Ja, das Also Zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt Warte mal Zu dem Zeitpunkt Irelia Auf 2 Schon gut Veng Habe ich schon Vengard, ne Nein, habe ich nicht Ach Mist Ey, warte mal Wenigstens Brawler Ich bin noch eine Maschine Einer hat schon Zoe 3 Hier ist eine Star Hier ist ein Star Guardian Ja, stimmt Wer ist der Du Jura Jura Vilo Oder so Alles auf 1 Luschen Nicht schlecht Luschen auf 2 Luschen auf 2 Alles gut Irelia 3 Und alle Also wenn du jetzt Irelia 3 Schon hast Dann Respekt Vengard 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 Oder Krono Vengard Macht mehr Sinn Haben sich die Blitzcranks Selber aus dem Spiel genommen Selber gerucht Lol die Cranks Ja Ist so Keine Poppies auf 2 Toxic Mono nimmt mich halt Jetzt hab ich nicht aufgepasst Was ich hab Viel Dreck unterwegs Muss ich sagen Okay Das ist okay Ja gut Esrael mit Hand Mit Faust Handschuh Wie auch immer kann ich leben Kann ich Gebrauchen Esrael brauche ich Hier in meinem Team So soll ich denn jetzt Schon Irgendwie Okay Krono gibt es Versuch mal Krono Start Vengard Die hat die Träne Okay Träne Träne Das Macht das irgendwo Sinn Wenn du auch Lucian Jetzt zu dem Zeitpunkt Ein Red Buff Wäre besser Okay Wir haben ihn Der Winnie Uh Warte mal Jetzt haben wir 50 Gold Noch ein Graves 2 Okay Welchen Weg gehen wir Wir haben jetzt zu ihm gewonnen Wir sind eigentlich gut an Lebenspunkten Kann man etwas höher rollen Jinx Jinx Schöne Überraschung Tatsächlich vier Blaster schon Giant Slayer Auf Jinx Kricksilver Auf Lucian Gewinne Gewinne gegen den ersten Als letzten Na oh cool Ja hast du jetzt eine gute Kompass hast du jetzt Wander River Zuletzt Perfektor Okay Okay das Team ist jetzt gut Aufgestellt Jinx jetzt zu so einem Frühen Zeitpunkt Lucians könnte ich für später Gebrauchen Ich musste ihn einmal Rausschmeißen Nachher Jinx kann ich jetzt Äh nicht Jinx Lucian kann ich in die Ecke Stellen Der Quicksilver Bleibt er etwas geschützt Vor Blitzcranks Und äh Sephir Lucian 2 Ja ist nicht verkehrt Schon mal Ersatz zu haben Ezreal Ähm Einmal Luchs Brauche ich hier nicht Shen auch Schlange nicht mehr Die Weih ist gut Könnte ich sogar Ja Auf 7 gehen Das reicht Weih Kommt dahin Mache ich hier Die Frontline Jinx Äh Kann Blitzcrank helfen Das wird ihre passive Fähigkeit Aktivieren Wenn der Blitz Jetzt einen Huckt Und Wir schnell Ein Kill kriegen Wird die passive Fähigkeit Von Jinx Aktiviert Den Cho Edition of 2 Ne Der Cho Kaiser Kale Jace Kaiser S3L2 Ist gut Noch ein Graves Wieder Muss Auf Klo Aber Kein Bock Auf Auf Zustehen Lass Laufen Kein Problem Alles Okay Ähm Die Weste Für Red Buff Ich spiele Auf Handy Weiter Okay Quicksilver Haben wir schon Einmal Ne Das heißt Wir könnten Hier Diese Handschuhe Geben Graves Graves Welcome Jinx Jinx 1 Jinx 1 Jinx 2 Könnte langsam kommen Bin Einfach Keine Kale Shit Und da ist Eine Jinx Aber Grace 3 Ist Schon gut Ey Gute Sache Red Buff Für Luschen Fehlt Mir Jo Ravioli Hoffen Hoffen Nicht Kriegen Wir Ihnen Zwei 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 Moment, läuft nicht so gut, okay Moment, läuft nicht so gut, okay Okay, das Team ist jetzt ganz gut aufgestellt, weil ich noch zwei bekommen, Blitzcrank habe ich jetzt noch eine Kopie und Jingsburg auch noch einen Wir haben gegen Toxic gewonnen, einen Zuschauer So, einige haben schon, schon dreier Helden Ich suche jetzt noch Jings, das wäre jetzt super, wenn die jetzt kommt Ne, immer noch nicht Mal viel ist schon Luschen brauche ich nicht Blitzcrank 2 immerhin Kann ich mit leben, kleine Verbesserung Links 2 wäre jetzt gut, langsam Sieht ganz gut aus, zweiter Platz Pferdus dritter Mono vierter Toxic ist ein letzter leider Okay, mir fehlt noch Fehlt noch ein Joe Hockey, Hockey, Hockey Ich glaube hier investiere ich erstmal nix Lass ich bei 50 Gold Ja, Träne kann man Ja, ich gucke mal was jetzt kommt Gucken wir mal was jetzt an Items kommt Träne kann ich sonst Luschen geben, ich würde sie nachher eh verkaufen Gegen das Fortune Oder tauschen gegen das Fortune Gold Ja, okay Bogen können wir Können wir der Jings geben Jings 2, da ist die Vielleicht gehen wir auf 8 schon Kleinen Vorteil Stellen wir den rein Ich hab sonst keinen anderen Kein Joe leider Leider kein Joe Äh, ich hab wieder verkackt Gigi Sephir Ja, machen wir uns ein Sephir Und der Winnie Jetzt schon fehlt mir noch Alter, bist du Strong Mein Carry ist aber auch Erst Eins, ja Ja, wenn er gleich 2 ist Dann müssen wir uns warm anziehen Jings Blitz 2 Da ist der Joe 1 HP 1 HP Toxiker Auch das 1 hat 1 HP Okay, jetzt haben wir 4 Brawler 4 Blaster Super Sache Brawler 650 Gesundheit mehr Ich habe verloren Schade Glück ist einem Schade Ich hasse die Spiel Träne event Mach ich Ich glaube ich auf Luschen Ich glaube ich auf Luschen See 4 See 4 Kann man eigentlich brauchen wenigstens siebter Ja Ja So Jetzt haben wir volle Items Bieter mit 77 HP Waller ehrenlos wenn du mich tötest Leute Quicksilver Könnte ich vorne irgendwo einsetzen Kale S3 Könnte ich hier irgendwo einsetzen Bei den Boys Was fehlt jetzt noch Miss Fortune Und Show 2 Wäre nicht verkehrt Jings noch mal Gucken wir mal Wo ich hier den Seefer Ähm Sozieren kann Okay Ja das leider fünfter Noch einmal Malfi 2 Kale Kann ich nur gebrauchen Wenn Miss Fortune kommt Welkos Nein Oder Joe 2 Wäre nicht verkehrt Rägen soll Nein Miss Fortune Da ist die Wechsle ich aus Komm schnell schnell Träne Miss Fortune Glücksilver Fehlt noch Red Buff Ne Auf jemanden Ich spiele erstmal eine Runde mit meinem Bruder TFT Er will mir zeigen wie man es wirklich spielt Okay alles klar Boah ist der stark die Sachsen Boah furchtbar Shield für Miss Fortune Das kann man echt gebrauchen Show 2 ist auch nicht verkehrt Boah gut super Noch ein Gegner Der spielt Ähm Zauberer Star Guardian Okay Gucken wo ich ihn Seh 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 führen kann So eine Poppy steht hier vorne Ne Vielleicht kann ich dir auch gucken Ach das war nur normal Ja es war mit so vielen Boys Dragons Claw Kann ich Ah vorne Ne Vorne ist das gut Ähm Wenn noch nimmst Fortune kommt Dann Jinx Jetzt ist es spannend Boah was ist das für eine Poppy ey Geht die nicht kaputt Hä wie kriegt man die kaputt Die stirbt ja nicht Will ich mich verarschen Wer wird das die so Meine Güte Warte mal Habt ihr das gesehen Habt ihr das gesehen Die ultimative Poppy Bekommt man die nicht mehr kaputt Oder was Hä jetzt alle auf die und Wir kriegen die nicht kaputt Was ist das Meine Güte Habt ihr noch nie gesehen Die Zeit des Mannes hat einen Ende Okay. Ich bin wieder gegen diese Propie, die kann doch nicht wahr sein. Ich bin wieder gegen diese Propie. 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 Was ist das für eine Propie? Ich hab die noch nie gesehen ey. Infiltrator. Macht keinen Sinn. Ich bin wieder gegen diese Propie. Ich bin wieder gegen diese Propie. Verdammt ey. Mist, da kam die Jinxei viel zu spät. Ich blockiere den Job, falls ich noch überlebe, aber ich glaube nicht. Was ist das für eine Propie, dass die nicht stirbt? Gibt da so viel Schaden, furchtbar. Aber trotzdem, GG. Gut gespielt, Boy. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt.